3, 2, 1, los! Frieda, na endlich! Hey, Freddy! Na, wie geht's? Nicht gut. Mein Drache fliegt nicht. Es gibt überhaupt kein Wind. Oh, wirklich? Aber vielleicht können wir da was machen. Ich hab da nämlich was gebaut. Eine Windmaschine! Damit können wir einfach alles fliegen lassen. Los, stell dich mal dahin. Okay. Halt den Drachen schön hoch, Freddy! Okay, es geht los! Es klappt! Es hat geklappt. Mein Drache ist geflogen und ich auch. Mein Drache! So ein Mist aber auch! Freddy, bist du das? Halt dich gut fest! Wie ist er denn da hochgekommen? Ähm, jetzt ist keine Zeit für Fragen. Wir müssen ihn da schnell wieder herunterbekommen. Oh, wir können meine Leiter nehmen. Nett gemeint, Bodo, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Warte! Ich hab da eine Idee! Na los, Freddy, gib mir deine Hand! Freddy, halte durch! Ich... So ist gut! Ich komm nicht an ihn ran! Also gut, wir brauchen einen neuen Plan. Keine Angst, Freddy! Wir fangen dich auf! Wir fangen ihn doch auf, oder? Ja, wenn es dann sein muss. Aber seine Stacheln sind so spitz. Wenn man sie anfasst, dann tut's ganz schön weh. Also gut, dann bauen wir eben... Wir bauen einen Fallschirm! Oder einen Ballon! Oder ein U-Boot! Ich will mein Kuschelkissen! Jetzt will er es sich da oben noch schön weich und gemütlich machen. Schön weich! Das ist es, Bodo! Wir bauen ein Landekissen! Zu eins, wie es die Feuerwehr benutzt! Hä? Wo willst du das herbekommen? Wir brauchen es sofort! Keine Sorge! Ich habe einen Plan! Ah! Ah! Schneller! Der Ast bricht gleich! Fertig? Fertig! Ich bin auch fertig! Bodo? Komm da raus! Keine Sorge! Wir fangen nicht auf, Freddy! Ich will doch sterben! Ich will doch sterben, Freddy! Haltet durch! Es geht gleich los! los! ! Wow! hoch! Los, Leute! Das machste! Spaß! Na dann. Wie ich schon sagte, seine Stacheln sind sehr spitz. Na dann? Na dann? Das envelope geht schlecht. Und dann? Die haben hochgeräusche von mir geliebt. Die sind so viele Puggeräusche. Da ist auch eine ganz Jaume. Untertitelung des ZDF, 2020